Der Hubschrauber Das ist aber nicht das letzte Ja, eben, das muss ich sagen, der kommt nachher sicher irgendwo ein Hubschrauber Oder, nein, ich glaub eher nicht, dass der Hubschrauber kommt Ich glaub eher, der Zug kommt nach unten und wir fahren dann mit dem Zug weg Wo willst du mit dem Zug hinfahren? Da, ober dir ist ein Zug Ja, wo willst du damit hinfahren? Keine Ahnung, der fahrt nicht irgendwo hin, so wie immer in die Endscreens, oder? Ja, ich weiß nicht Wir sind auf jeden Fall Medipack, sind das scheiße Ich glaub eher, dass wir mit irgendeiner Hubschrauber müssen Na, ich... Weil, schau dir den Zug an, wie der da steht Ja, aber wie willst denn der fahren, also überall... Keine Ahnung, da drüben in den Tunnel rein Also, siehst du da hinten dort Bleiben wir dann hier bei den Medipacks, oder beim Radio drüben? Ich würd jetzt sagen beim Radio, oder? Weil da sind meine Geschütze Okay, weil, ich frag nur, weil ich hab die Kanister da, deswegen... Gibt's da irgendwo auch was zum Nachladen? Ich glaub, bei der Medipack ist da drüben, oder? Ich hab nix gefunden Na, dann... Na, hier war nur eine andere Waffe, aber hier ist nämlich noch ein Kanister, deswegen... Filmen, Medipack, aber du musst den Nachladen, das ist scheiße Ja, ich schau ich da durch Ja, da kann er nicht hinfahren Da ist Nachladen Aber schau hier nämlich, genau da, wo... neben dem Radio... Ja... Gibt's nämlich da dieses... Das könnte aufgehen, das Tor, und dass der Zug da hineinfährt vielleicht... Okay, aber da, schau, da ist Nachladen Okay, da ist Nachladen Ich sag, wir bleiben auch beim Radio, oder? In der Hütte Das haben gescheit, was wir glauben, das haben wir auch immer geschnitzt Wir fragen nur in die Kanister, weil dann leg ich die so hin, dass wir sich von dort treffen Ah, okay, I'm coming into the Radio Ah, hallo? Ah, hallo? Hallo, lass mich doch heute Das ist ja nicht schön Irgendwas mit der Train Sagt er Okay Haben wir da keine Tür mehr? Nein Ich bin klar Aha, hier, was war auch Okay Nimmst du diese Tür, dann nehm ich die andere Ja Die Kanister siehst du eh draußen hoffentlich Schau, weil der dreht sich jetzt Und das meinte ich Ja, ja, ja Ja Gott sei Dank spielen wir gemeinsam Du gehst dir aus und ich weiß, was passiert Haha Ja, ich geh mich auch Aber Jesus Ich schieh mal nach unten, es kommt nicht Oh ja, da vorne kommt doch Ein Zocker Und ein Schleckl kommt Die Tür ist glaube ich schon aufgegangen, dass wir nicht treffen können Die Tür ist glaube ich schon aufgegangen, dass wir nicht treffen können Es ist womöglich, dass die Tür aufgegangen ist Da kommen die Sonnen jetzt raus, ne? Ja Ja Okay Das heißt sie kommen alle da hinten Oha Oh ja da bei mir, hast du Feuer? Ja Oh mein Gott, das kann doch Ich habe die Tür aufgerufen Feuer! Er ist am Dach? Ich weiß. Ich hoffe er brennt. Er ist drinnen. Er ist gut. Gehen wir mal Munition holen? Ja. Der ist ruhig. Munition holen? Zurück ist gut. Ja, er wird zurück. Ich bin wieder drinnen. Auf den Totti. Was will er? Stand by. Stand by. Okay. War nicht irgendwo ein Molly? Das ist mal Molly holen da. Molly hab ich reingesehen. Jetzt haben wir hier die Schrotflinte. Wir müssen irgendwelche drei Gaskanister. Ja. Oh mein Gott, da geht's runter. Kommst du. Wir müssen da irgendwas reinstopfen in die Chambers hier. Wir müssen irgendwelches Zeug hier reinstopfen. Wir müssen irgendwelches Zeug hier reinstopfen. Wir müssen die Kanisterscheißlinie aufziehen. Wir müssen da raus. Ah, Hand auf mir. Ich hab nur die normale Kanisters. Ich bin immer nochmal raus. Okay. Okay. Dann ist die oben hier. Ah, fuck. Ah, Totti. Ich bin gleich gesehen. Okay. We müssen da raus. Ich merke es gerade. Da oben ist der Hoshi. Aber wir kommen da raus. Ich hab ihn gezogen. Naja. Er ist runter. Ich habe ihn in der Hand. Was? Wo gibt's jetzt? Wo muss ich? Runter. Wo bist du jetzt? Aber ich will ja noch eins haben. Komm, gib's her. Hast du eines, ne? Eines hab ich, ja. Wir müssen ja noch eins haben. Ja, wir müssen ja noch eins haben. Ja, wir müssen ja noch eins haben. Oh, ein Tarte hat mich. Ja, ich kann nicht. Ich werd kapastet. Schick! Da kommt gleich. Wo weiß ich gar nicht. Gott! Komm, komm, die Leiden. Kann ich da hier? Doch, ich will. Du bist nicht nass. Denn in diesem Stück tickst du? Ja, ich muss nicht beteiligen. Du bist nicht bezogen. Alles klar. Pause, das werden wir sich nicht verstehen. Ich bin nicht bezogen. Ich bin schon gut. Du musst beteiligen. Ist es wieder da drüben? Ja. Ich habe ihn. Ok, dann geh mal runter. Oh, dann geh mal runter. Ich werde ihn überschlagen. Ich weiß eh nicht, wie runter geht, andere. Das ist ja mein Problem. Ich bin bei dir. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, was? Nein, doch geht uns nicht. Warte! Ich bin wieder hoch. Ja, ich bin oben. Ja, ich muss aber, ich sollte mich rein. Nein! Ich weiß nicht, ich muss mich noch heilen. Ah, komm her. Ich muss sie halten. Okay, geht schon. Okay, geht schon. Ich sehe, ich habe ein bisschen mehr zugeblödet. Hast du ihn? Ja, ja. Komm runter, Charger kommt zu dir. Oh, er hat ihn. Ja, ja. Hast du schon einen eingesetzt? Ja, ich muss sagen. Ja. Gehen wir dann wieder rauf in die Hütte? Ja. Brauchst du Munition? Ja, ich muss halt, wenn man holt. Wo soll ich mich an Bord gehen? Wie soll ich an Bord gehen? Ich weiß einfach. Ich komme nicht noch mal rauf. Ich komme auch nicht. Ich bin da oben. Und da. Bist du da? Nein. Wollen wir rauskommen? Ja, vreut. So, Paps, geht's schon! Ja, wir sind so gut! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Der letzte Reise ist bei uns immer voll stressig! Naja, es ist ja stressig! Wir sind voll stressig! Komm, 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 komm! Komm schon! Links und rechts und laufen! Was steht da? Ja, da schicken Zombies auf unserem Zug! Oh Mann! Aber wir haben überlebt! Wirklich, ist das der Hammer! Wir sind super! Dazu muss er stehen! Jetzt bin ich nur ein Lied dafür, oder? Okay! Kommt sicher ein YouTube-Strike! Ja, ja, so ist denn das! Ich kann nicht spielen! Meine Gitarre ist in meiner Pizze! Ich will sie jetzt nicht raus holen! Ich will sie jetzt nicht raus holen! Was willst du? Meine Gitarre ist in meinem Paz-Band! Ja, meine Gitarre ist auch irgendwo drin! Das ist ja das... Das... Kukulele! 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 Jaaa! 2911 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt! Was? 2911 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt! 2911 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt! Ach so, das war das nicht gewesen! Okay! See you later, Alligator! See you later, Alligator! Tschüss! Tschüss!